hallo meine lieben ja schön dass ihr da seid oder schön dass du da bist und zu mir gefunden hast es gibt ja ein paar neue auf meinem kanal da freue ich mich sehr dass ihr da seid sehr schön ja ich habe ein art journal gebastelt und das wollte ich gerne mal zeigen es ist ein ganz schöner klopper geworden und in der art journal deutsch inspiration gruppe bei facebook wurde auch das hoch angeht also die fanden das halt toll unter anderem war auch eine frage wie ich das wie ich vorgegangen bin wie das zustande gekommen ist und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen und zwar fangen wir mal beim cover an und da habe ich den hintergrund hier einfach mit alkoholings gemacht das ist sehr intensiv ich wollte es auch so haben und da habe ich die alkoholings die glitzer vom action genommen also die diese billigen halt vom action diesen toll also ich bin davon echt begeistert die die deckkraft seht ihr ja die ist wunderbar und ich weiß nicht ob man die mit wasser verdünnen sollte aber es klappt also ich habe die ein bisschen noch mit wasser verdünnt und das hat hingehauen ja das bild hier vorne das habe ich mir ausgedrückt bei pinterest hier muss ich aufpassen das seht ein ganz schöner klopper ich glaube insgesamt hat das also die kiste hier unten das ist ja ein art journal mit kiste inspiriert wurde ich davon jutta witley funkelkram genau und also das sind drei zentimeter und das sind hier noch mal sieht aus wie vier vier sind das schatz wo ist mein linear da einmal drei und einmal vier das sind sieben zentimeter insgesamt wie gesagt das ist ein ganz schöner klopper geworden und dann habe ich überlegt was machst du denn für einen verschluss da dran ich hatte da so ein seidenband und was ich nicht alles ausprobiert habe und das hat mir alles nicht gefallen zum schluss bin ich dann einfach auf ein gummi gekommen und zwar eine art journal muss ja praktisch sein wenn man es auf macht dass es nicht irgendwo rum baumselt und hängt sondern einfach nicht im weg ist und deswegen habe ich mich einfach nur für so ein gummi entschieden so wenn man es aufklappt dann ist es nicht im weg das ist schon mal die erste seite hier ich muss mal im moment im stehen film weil das teil so riesengroß ist ja kommen wir mal hier vorne an da habe ich ein paar text rein gemacht die sind zum gestalten zum anmalen halt das ist alles aquarellpapier der der stempel verläuft nicht also man kann da ruhig schön da wird nichts verlaufen jedenfalls dann ist ja einfach nur noch ein ganz weißer aquarellpapier wo man selber was gestalten kann dann habe ich hier so eine art einfach zur dekoration hingeklebt hier sind zwei taschen kann man hier unten auch noch was reinstecken wenn man möchte hier den hintergrund habe ich auch mit alkohol links gemacht das wurde mir dazu krass dann habe ich gedacht da klebs ja was drüber dann sieht man das nicht mehr so doll und so gefällt mir das ganz gut ja meine signatoren naja hier habe ich noch ein bisschen spitze hingeklebt um das einfach ein bisschen aufzupacken und noch ein paar steinchen schwarze so da fangen wir mal mit der ersten signatur an hier habe ich das ist selbst gemachtes papier selbst geschöpftes papier kann man nicht sagen aber fake geschöpftes papier das soll so aussehen wie selbst geschöpftes papier nur fake halt und da wurde ich auch inspiriert von der lieben jutta von der funkelkram und da habe ich mal ein paar von gemacht und habe mir das passt hier super rein ja und die klammern die ist einfach hier nur so dran habe gedacht das passt von der farbe her und dann wollen wir mal gucken eine seite kann ich mich jetzt hinsetzen ich glaube nicht ich will auch gucken was ich hier mache so das ist ja ein art journal da kann sie so viel nicht dekorieren ich habe mir trotzdem mühe gegeben ein bisschen was zu dekorieren warum ist ja auch ein bisschen was zu gucken haben bei mir ist das so wenn ich video gucken und ich sehe ja einfach nur weiße seiten natürlich ist beim art journal so aber man möchte auch natürlich ein bisschen was zu gucken haben das hier ist jetzt von stemperia atelier des arts ich habe einfach nur gedacht zum zur inspiration dann habe ich das hier einfach drauf geklebt weil das ist schön anzugucken genau dann habe ich hier weißes papier also das ist aquarellpapier feinkörnig das ist grob ein bisschen gröber hier das ist richtig dickes papier natürlich wo das auch nicht durchsucht oder so habe ich eine karte rein da kann man so eine karte dann noch gestalten hier habe ich das habe ich geprägt geprägt habe ich das so und hier so rein falls ihr weil ich möchte das gerne verkaufen bei ebay und wer da interesse daran hat der kann das denn er werden bei mir und ja hier habe ich noch ein paar karten und so rein das kann man auch dann selbst gestalten das habe ich ein bisschen mit gilding max gemacht das habe ich von jota auch so und da könnt ihr auch selber dann euch austoben diese karte habe ich schon ein bisschen angemalt die ist halt zum runter klappen da könnt ihr dann auch noch drunter was dekorieren oder so aufkleben malen gestalten wie euch das beliebt so die tue ich jetzt hier wieder rein so dann geht es hier weiter ja hier ist noch mal eine kurze seite drin die gehört noch sowas dann lasst euch mal überraschen dann schwarze seite finde ich ist auch immer gut wenn ich so im bild bleiben vielleicht kann ich euch das dann so zeigen so hier kann man denn was anmalen habe ich gedacht das würde auch passen und zum beispiel wenn man jetzt filzstifte nimmt und das geht tatsächlich mal durch auf der schwarzen seite hier sieht man das ja nicht aber das ist sehr dickes papier also eigentlich dürfte da mit aquarellen nichts passieren mit alkoholmarker die gehen durch das weiß ich alkoholmarker sind dafür nicht geeignet einfach papier hier noch schönes dickes papier immer 180 gramm dann habe ich hier noch so ein papier noch mal zur deko da könnt ihr als tasche machen jetzt hier was reinstecken hier oben woanders reinpacken kann sich einfach hier raus ziehen dann könnt ihr die da benutzen wo die haben wollt na wo die haben möchtest so was haben wir hier noch jetzt noch so auch das ist eine kleine überraschung eigentlich ich mach das mal auf aber das geht nicht kaputt so da habe ich so ein kleines das kann man hier gestalten da kann man dann noch papier drauf kleben das ist so märchen buchregal hier mit einhörn und man kann träumen von bücher wenn man sie liest oder wenn man eins bastelt oder sogar da kommt ja die fantasie erstmal zum vorschein und da fand ich dieses buch diese seite sehr passend ich wollte dir jetzt nur nicht irgendwo rein kleben weil das soll derjenige der das buch dann bekommt soll das dann selber machen genau so einfach wieder zu machen hier und passiert nichts man kann das ja auch hier abschneiden und einfach vor wo einfach hin kleben hier ist noch die andere seite von dem velum papier genau wenn und papier einfach hier alles zu gestalten hier könnt ihr noch mal anmalen oder du derjenige der sich der glücklich ist der neue besitzer also ich finde das wirklich toll geworden und da kommen auch noch ein paar überraschungen auf jeden fall so das ist hier einfach weiß das hier finde ich zum beispiel auch sehr sehr schön passend guck mal rein schatzi kann man das sehen ja so hier dieses zimmer habe ich mir ausgesucht da ist ein vogel ich habe hier auch ein vogel und schreibtisch mit farbe und pinsel leinwand hier im hintergrund noch ein gebäude also das anzumalen das stelle ich mir sehr beruhigend vor sehr viel spaß wird das auf jeden fall machen das ist so klasse ganz toll fand ich das wird das bekommt der hat echt spaß daran würde ich sagen so dann haben wir hier noch eine braune seite also eine kraft seite da könnt ihr auch drauf basteln oder so ich habe auch später noch eine kleine überraschung da wie gesagt und ja hier ist noch so eine karte die könnt ihr noch gestalten wie gesagt man kann das auch alles rausnehmen und dann dahin kleben wo man möchte das ist noch mal dieses aquarell papier das dicke da kann man wirklich richtig drauf rumkneet da passiert gar nichts ich würde aber zur 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 unterstützung vielleicht hier ein blatt noch hinlegen damit nichts passiert oder einfach rausnehmen da passiert auf jeden fall nichts das ist das einfach weiß das ist die rückseite jetzt hier von meinem selbstgemachten papier da habe ich ja so habe ich noch gar nicht erzählt da sind jetzt halt wie heißen die noch mal die blumen weiß ich jetzt nicht blumen blätter hier ist wolle federn bisschen glitzer so ja da das war mein erster somit und dann hier bei der zweiten signatur da habe ich angefangen zu stempeln und das finde ich noch richtig noch genialer als das jetzt zum beispiel aber auch schön gestempelt und andere farben von federn andere wolle und die farbkombination finde ich sehr schön mit dem grün und so und wie sich das anfasst so sehr schön also der stempel ist zum beispiel auch von funkelkram ja ich habe den nicht von funkelkram aber den gibt es da weil wo ich den haben wollte da gab es ihn gerade nicht wegen corona aber ihr könnt ihn da erwerben auf jeden fall so ja das ist so mit einer meiner lieblingsseiten auf jeden fall da ist noch mal so ein regal mit mit fantasie das könnt ihr euch dann angucken ganz in ruhe wenn ihr das buch haben wenn derjenige der das buch bekommt hier so mit wald und so eine kleine puppe häuser sind reingemalt in die bücher fenster pilze hier hintergrund auch ein haus sehr sehr schön wie ich finde so und hier lasst ihr euch inspirieren und da könnt ihr denn gleich los mal habe ich gedacht so und wenn ihr denkt naja jetzt habe ich keine lust mehr könnt ihr hier weiter machen so das ist so zum hochklappen und die hier auch noch irgendwas gestalten das finde ich auch eine tolle idee von mir von mir ja ist so so das machen das ist jetzt die zweite signatur hier ist noch so kurze unterbrechung ich habe das immer versucht farblich abzubringen also hier vorne ist also das ist ja lila hier ist eine lila an der karte drin das ist so rosa habe ich eine rosa an der karte drin und auch das zeige ich euch gleich das ist hier zum gestalten viel platz schreiben könnt ihr auch da rein wenn ihr das möchtet hier ist noch mal was zum anmalen oder hier das sieht ja auch schön aus wenn nur das angemalt ist man kann das hier auch hier ausschneiden oder so rundherum dann hat man nur den kreis hier oder so so und das ist hier dann auch in rosa dieses velumpapier habe ich immer versucht ein bisschen farblich abzupassen anzupassen jetzt kommt claude monet 1840 bis 1926 also der ist 86 jahre alt geworden oder und ich finde das bild hier so faszinierend weil man sieht genau dass er hier vorne sitzt irgendwo im stuhl oder so und guckt da drauf auf diesen ausblick und malt das im schatten riecht den wald die bäume die frische luft die vögel zwitschern schönes bild oder hier im hintergrund ist noch zum gebäude und 1840 bis 1926 daten die ja weitaus noch nicht so tolle farben wie jetzt und hat das sehr schön eingefangen finde ich und müsst ihr mal googeln bei pinterest was der für schöne also der mal sehr viel natur und was ihr auch liebt sind also wasserrosen wasserblumen wie heißt das nochmal wasserblumen wasserblumen wasserrosen oder sowas keine ahnung der malt ganz 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 tolle bilder auf jeden fall claude monet ja auch nur so reingetan könnt ihr hinkleben wo ihr wollt derjenige diejenige oder was der das haben möchte ja hier ist noch mal die andere seite von weln und papier da ist so silber ich war wirklich ich wollte mehr dekorieren aber beim art journal ist heißt es ja derjenige der das bekommt der soll da ja selber was rein machen deswegen deswegen ist mir wirklich schwer da ich würde mir auch noch eins machen auf jeden fall so hier haben wir die auch rosa hier die andere seite so das ist die zweite signatur und hier haben wir das ja noch mal so in orange ton da ist nicht viel los ist wieder das gleiche wie vorne auch dieses dicke papier das ist auch dickes papier also ich habe da keine kosten und mühen gescheut auf jeden fall das hier vernünftig zu bestücken genau so hier könnt ihr noch mal malen hier ist das ganze dann orange weil das ist ja vorne hier so passt dann auch wieder man kann das verrückte nach unten nach oben wenn man das hin haben möchte auf jeden fall sehr sehr viele blätter und sehr sehr viel platz und das bild hier mal gucken ob ich dann das schaffe damit in der musikmen aufstehen das sind aber sie ist so schlecht an der kamera bild so das habe ich auch gefunden haben wieder das muss hier unbedingt rein eine frau im schlafanzug mit schlafmütze von panda bär glaube ich haare hochgebunden lampen wunderschön die malt hier da sind die stifte das das kätzchen buch haben wir hier schokolade pizza alles da ne kleiner teddybär ja das macht bestimmt mega spaß das auszumalen und das habe ich denn hier auch noch so dann habe ich das natürlich hier ist eine kleine tasche da könnt ihr dann eure deko reinpacken habe ich ein kleines buch gebastelt hier so geprägt mit einer uhr und da sind einfach blanco zettel drinnen wenn ihr unterwegs seid dann könnt ihr das schön rein man ist sehr dickes papier das ist aquarellpapier das ist glatt das ist ein bisschen rauer hier das ist so skizzenpapier mit bleistift hält auch ein bisschen mit aquarell habe ich da auch schon gearbeitet das hält eigentlich weil das sehr dick ist jede menge seiten zum gestalten für draußen oder so genau das habe ich noch gemacht dann kommt jetzt erstmal nichts das schwarze seite in gelb passend dann habe ich hier noch diese wundertüte dann sind wir auch schon fast am schluss also halt noch ein augenblick durch gesundheit die band die wundertüte da sind noch dekorations sachen drinnen ganz schöne wirklich klein viele kleine sachen große sachen die möchte ihr euch jetzt nicht zeigen das soll eine überraschung sein auf jeden fall das wird sich jedenfalls lohnen also das hat man eine freude wird wenn man die auf öffnet das kann ich euch auf jeden fall garantieren ich könnte auch die das ist dann die letzte seite die könnte hier unten einfach so öffnen könnt ihr schön dieser und es ist gut bestückt auf jeden fall so das ist dann die rest von der signatur und hier habt ihr dann die fläche wo ihr drauf malen könnt also dann nehmt ihr halt zum beispiel wie diese wie das eben schon war einfach so und dann könnt ihr darauf mal oder mit dem mit dem papier hier was sie alles rausnehmen könnt packte hier auf es ist sehr stabil und da könnt ihr super drauf mal ich habe das jetzt in einer fläche versucht zu lassen weil wenn man wirklich nur ein zettel hat und man mal so mit buntstift und da sind dann so zum beispiel wenn man zeitungspapier nimmt oder buchseiten oder sowas und da sind immer so kleine erhebungen wie sieht man denn wenn man zum beispiel mit buntstift mal sieht man das nachher auf dem zettel also auf deiner malerei und das wollte ich nicht deswegen habe ich das alles schön glatt hier das ist dreimal lackiert also dreimal angemalt alles mit schwarz komplett und 13 einmal schön zweimal schön lackiert damit das nicht abstößt damit das hält da kannst du sogar mit einem lappen drüber gehen den abwischen das hält so das ist dann die box hier ich habe das so das ist eine da war hundefutter drin also verpackt natürlich in tüten und die hat wie gesagt also ich glaube das ist eine diner fünf verpackungs linksen die standard dinger sind das glaube ich ja da brauchte ich auch hinten nichts ran mit mit pins oder so einfach mit doppelseitigem klebeband habe ich das hinten festgemacht und das hält bombe so hier das ist die kiste wie gesagt und da habe ich zwei magneten eingebaut sehr starke magneten und die kannst auch richtig voll befüllen sieht man das macht man die hier auf das ist richtig fest ganz schön abwischen und wie gesagt so wenn man dieses buch erwerb dann kann man dazu bekommen diese schere diese zwei halterungen wo damit die die seiten nicht weg fliegen oder zum festhalten dass das hier so einfach so fest was jetzt der vorführungseffekt natürlich so könnte der so festklemmen und dann stören die anderen seiten nicht zwei reingemacht ich kann auch vier rein machen so und dann habe ich euch noch oder dir noch ein der hat sich schon okay das ist dann müsste man den zu kleben diesen kosten hier zu kleben damit die stifte nicht so viel hin und her wackeln ich wollte euch damit nur zeigen dass ein ganzer kasten hier rein passt und das ist premium qualität da steht da vinci drauf also das ist hier kein müll passt hier super rein so ein ganzer kasten mit wie viele stifte sind das ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht zehn elf zwölf 13 14 15 16 18 wo steht das eine brille aber da naja an der brille auf und sieht trotzdem nichts also die bekommt ihr auf jeden fall dazu und noch eine kleine überraschung das ist mir noch einfallen und die schere auf jeden fall so eine kleine bastelschere ist gold wert wenn man so filigrane sachen aufschneiden muss ja jetzt gucke ich hier auch noch mit wie gesagt wenn ihr interesse habt könnt ihr mich auch so anschreiben ich werde das auf jeden fall bei ebay kleinanzeigen reinsetzen und ich habe auch vor irgendwann etsy shop zu machen aber ich muss mir erst mal erkundigen und gucken wie das läuft und so weiter das wird jetzt hier natürlich auch kein sauerzustand dass ich das bei ebay reinsetze ich möchte das schon so machen dass das irgendwie so seinen weg läuft ja könnt ihr noch mal gucken also ich finde es sehr toll für mich ist perfekt ich finde es wunderschön geworden und ja also wenn ihr wenn ihr das bei ebay kleinanzeigen sehen möchtet vielleicht ist auch jemand noch schneller und fragt mich hier unter video oder so dann bevor ich ihn jetzt sagen ja fragt mich einfach und das gerne habe ich noch drei perlen zum spielen reingemacht dann macht man das hier wieder zu das ist echt ein klopper ganz schön auch schwer dann aber es hat riesen spaß gemacht auf jeden fall riesen spaß ja ich hoffe euch hat das gefallen hier mein buch und lasst mir doch gerne einen kommentar da unter video sagt mir wie ihr das findet und auch wenn ihr das gar nicht haben wollt aber könnt ihr ja sagen wie findet ihr mein art journal und über ein däumchen würde ich mich freuen und dann sehen wir uns auf jeden fall im nächsten video wieder also ich habe hier echt lunte gerochen ich möchte noch mehr jetzt als nächstes erst mal ein steampunk journal dran auf jeden fall und mein wikings journal muss auch noch fertig für mein Mann ja genau warum das noch nicht fertig ist weil mein mann der war lange krank jetzt arbeitet er wieder dann kann ich auch an dem journal weiter arbeiten weil er soll es ja nicht sehen okay meine lieben in diesem sinne ich wünsche euch alles liebe und bis zum nächsten mal schönes wochenende und genießt das leben bis dann tschüss